Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich verschiedene USB-Sticks und hier habe ich noch ein Gehäuse und hier habe ich noch eine M2, SSD und ja, da versuche ich mir mal einen USB-Stick selber zu bauen. Die USB-Sticks, die man so kriegt, die man so kaufen kann, die sind ja meist ziemlich langsam und in allermeisten Fällen auch nicht besonders groß. Und je größer die werden, desto langsamer sind sie im Endeffekt auch und da versuche ich das jetzt hier mal zusammenzubauen. Dann gucke ich mal, wie viel schneller das Ganze hier ist. Von solchen USB-Sticks habe ich mittlerweile eine ganze Kiste voll und die haben aber alle irgendwie einen Nachteil. Die sind alle super langsam und ich verwende auch ungerne große USB-Sticks und große Datenmengen drauf zu machen, weil das ewig dauert. Ganz egal, ob das jetzt hier USB 3.0 ist oder eben USB 2.0. 2.0 ist noch langsamer, aber 3.0 ist auch nicht wirklich schnell, wenn man es mal mit einer externen USB 3.0 Festplatte vergleicht. Und da habe ich mir jetzt hier so ein Gehäuse bestellt und habe hier noch gefunden eine M.2 SSD und die hatte ich aus einem Notebook ausgebaut. In dieses Notebook sollte eine 2 TB Festplatte rein, weil da ein großer Datenspeicher gebraucht wurde, blende ich das Video hier oben mal ein. Da ist diese SSD hier übrig geblieben, eine M.2, wie man sieht, das ist sie hier. Außenrum ist nur der Metallrahmen und die hat 128 GB und ist damit doppelt so groß, zum Beispiel wie der USB-Stick und aber in allermeisten Fällen auch erkennbar schneller. So sieht das Gehäuse aus, wo ich die einbauen kann und da ist auch noch ein USB-Kabel dabei und dann hier noch ein paar Schrauben. Und mit dem Kabel kann ich die an USB-Port anschließen und diese Gehäuse, die gibt es auch in Stickform. So sieht das aus, da kommt das hier vorne drauf und dann wird das hier in USB-Port reingesteckt. Ist auch USB 3.0 und in Stickform, da haben diese Gehäuse hier vorne einen Anschluss wie ein USB-Stick. Den kann man auch meistens rausschieben, sieht dann in etwa so aus, hat aber natürlich einen Nachteil. Und den sieht man jetzt hier auch schon, wenn man mal die Größen vergleicht, ist so ein Gehäuse doch wesentlich größer. Und das belastet natürlich den USB-Port rein mechanisch schon mal viel mehr. Passt auch teilweise sehr schlecht in Notebooks rein, wenn man hier die Breite mal vergleicht. Also so ein USB-Stick ist erkennbar schmaler und hier werden meist andere Ports dann verdeckt. Das sind dann diese Gehäuse, die man fertig kaufen kann. Die sind leer, da ist also kein Speicher drin und auch kein Controller. Da ist nur hier der USB-Stecker vorne dran und ein USB auf M2-Adapter dann. Und die haben ungefähr die gleiche Form, sind vielleicht einen Ticken schmaler, aber auch 26 mm breit. Dann 11 cm lang und wenn sowas natürlich an einem USB-Port dranhängt, dann drückt das natürlich immer nach unten. Und die Gefahr, dass man irgendwie dagegen kommt und da hier was abreißt, die ist natürlich groß. Deswegen habe ich mal so eine Box genommen mit Kabel. Ist aber praktisch das gleiche, dann ist es sozusagen ein Stick mit Kabel. Das ist natürlich auch das generelle Problem von USB-Sticks und von USB-Geräten, dass die Hersteller die Ports so nah aneinander bauen, und dass man da kaum alle drei Geräte in diesem Fall zusammen gleichzeitig reinstecken kann. Also hier habe ich einen HDMI-Ausgang und hier habe ich einen USB-Stick drin. Und der dritte USB-Stick, der passt hier schon gar nicht mehr rein. Der liegt hier auf und auch meine Tastatur passt hier schon nicht mehr rein. Und wenn ich die jetzt hier gleich reinstecken würde, dann würde der USB-Stick hier weggedrückt werden. Und hier mit dem Kabel geht das aber wunderbar. Also schmaler geht es da nicht. Und das ist eigentlich die idealere Lösung als ein großes USB-Stick-Gehäuse, das entsprechend lang und breit ist. Solche USB-Sticks, die kriegt man schon relativ günstig. 128 GB, so 20 Euro oder dann entsprechend mehr. Ist natürlich klar, wenn man so einen billigen hat, sowas hier zum Beispiel, den habe ich vom Zuschauer geschickt gekriegt, dann sind das auch meistens nie die schnellsten. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese M2-SSDs, die gibt es auch relativ günstig. Da sind natürlich immer mehr auf dem Markt, die auch gebraucht angeboten werden, die irgendwo ausgebaut wurden, weil da noch größere reingekommen ist. Und da bietet sich das natürlich an, so eine SSD zu recyceln, weiter zu verwerten, wieder zu verwerten, damit die nicht irgendwo im Schrank liegt. Und da hat man natürlich den Vorteil der Geschwindigkeit. Das ist die Adapterplatine von dem Gehäuse und das hier ist der Träger und die M2 aus dem HP-Notebook. Habe ich mal extra so dran gelassen, damit das hier ein bisschen stabiler ist, damit dieses Modul hier nicht zerbricht oder ähnliches. Das ist wirklich sehr dünn, muss man aufpassen. Sieht man hier kaum. Kann aber wirklich jeder zusammenbauen. Da braucht man auch kein großartiges Werkzeug für. Hier nur eine Schraube zum Befestigen und hier nochmal zwei Schrauben, um die Platine in diesem Gehäuse zu befestigen und fertigen. Ansonsten wird das eingerichtet wie eine externe Festplatte oder eben auch wie ein USB-Stick. Also mit Windows 10 Bordmitteln braucht man sonst keine Software. Geht auch super schnell. Und ja, das Einzige, was man jetzt hier machen muss, man schraubt die Platine hier raus, schraubt die hier drauf und da sieht man auch schon, das passt. Und wie man hier oben sieht, passen auch verschiedene Platinen auf diesen Adapter. Einmal hier ein bisschen kürzere und hier ein bisschen längere. 30 mm, 42, 60 und 80 mm. Alles passt dann hier drauf. Und dann kann man hier diese Schraube entsprechend dann hier verschieben. Und ich schraube die mal hier unten raus. Dann hier noch die Schraube raus machen. Die lasse ich gleich mal so auf dem Schraubenzieher einer Möglichkeit drauf. So, dann habe ich die gleich leichter zur Hand. Ich nehme hier die Platine raus und auf keinen Fall hier vorne drauf fassen auf die Kontakte oder die Platine biegen oder ähnliches. Und dann wird die Platine hier reingesteckt, genauso wie die hier eben drin war. Muss man ein bisschen anwinkeln und dann kann man die hier festschrauben. Die wird ein bisschen angewinkelt und dann reingeschoben, dann hier runter gedrückt und dann nehme ich jetzt hier ganz vorsichtig die Schraube auf und schraube die hier fest. Das ist fertig, muss nur noch hier gleich ins Gehäuse rein. Ich schraube noch die Schraube hier wieder auf den Träger drauf. Weil wenn ich in das HP Notebook mal doch wieder so eine M2 einbauen möchte, dann brauche ich die Schraube. Diese Schrauben, die passen nicht untereinander, nicht wechselseitig. Also das ist ein ganz anderes Gewinde als hier drüben. Und dann kommt es jetzt hier rein. Vorne ist der USB 3 Adapter zu sehen. Hier ist dann der Ausgang und hier innen drin, das ist ein Metallgehäuse, das ist ein Alugehäuse. Das sollte es schon sein. Da ist hier so eine Platine wirklich gut geschützt. Da kann man hier drücken, passiert gar nichts. Aber hier, das ist alles sehr zerbrechlich. Sowohl die M2 als auch unten, diese Adapterplatine. Die sind also definitiv dünner als frühere Platinen. Und hier habe ich so eine Führung drin, sieht man hier. Da kann ich die einfach einsetzen. Und dann guckt das hier vorne raus. Und hier hinten ist noch ein Deckel. Und den schraube ich jetzt mal drauf. Bei dem Deckel ist nochmal hier so eine kleine Schaumstoffmatte. Und die drückt hier gegen die Platine. Und dann wird das mit zwei Schrauben hier vorne reingeschraubt. Und so, da ist sogar ein kleiner Schraubenzieher dabei gewesen. Und auf der anderen Seite habe ich eben den USB 3 Stecker. Und das ist halt diese Version. Und ja, ist nicht so meine beliebteste Version. Aber passt auch. Muss man sehr genau gucken, dass man da die Kontakte nicht verbiegt. So ist es dann drin, das Gehäuse. Das wackelt leider ein bisschen. Kann man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Vielleicht vorne nochmal ein bisschen festschrauben. Mal gucken, ob das ein bisschen hilft. Ansonsten kann man das natürlich ganz individuell innen noch ein bisschen mit irgendeinem Dämmmaterial ein bisschen auspolstern. Aber das wackelt. Naja, ist eben ein ganz einfaches Gehäuse nur. Der USB Stick, der kann raus. Und ich kann auch wieder meine Tastatur anschließen. Und jetzt schließe ich hier meine selbstgebaute Harddisk Box an. So wie es hier drauf steht. Wobei mit Harddisk hat das ja gar nichts mehr zu tun. USB Stick. Externes Speichermedium. Externe Festplatte. Wie man das nennen möchte. Externe SSD. Und ich stecke es einfach mal rein. Und es wurde auch schon erkannt. Und hier sieht man, okay, das ist aus einem HP Notebook. Windows 10 hat jetzt mein externes Speichermedium direkt erkannt. Und hat auch schon zwei Partitionen. Dies hier anzeigt. Einmal HP Docs und ein Build Part. Und das ist eben aus einem alten HP Notebook. Und die Vorgehensweise ist jetzt, um das zu löschen, genau die gleiche wie in einem anderen Video zu sehen. Wo man sich selber eine externe Festplatte bauen kann, blende ich hier oben mal ein. Da ruft man jetzt erstmal Diskpart auf und kann diese Platte oder dieses Medium oder die SSD, die M2 NGFF, wie man immer das auch nennen möchte, diesen selbstgebauten USB Stick, den kann man jetzt einmal komplett löschen. Das Löschen von so einem Speichermedium ist super einfach. Da ist es auch ganz egal, ob das hier so ein selbstgebauter USB Stick ist, ein selbstgebautes Speichermedium oder eine externe Festplatte oder ein gekaufter USB Stick. Einfach Diskpart aufrufen. Sieht so aus. Tippt man unten Diskpart ein, startet dann dieses Programm. Und dann sieht es so aus, braucht man auch nur ein paar Befehle. Tippt man ein List Disk, kriegt erstmal alle Datenträger angezeigt, alle Laufwerke, die an Windows hier angeschlossen sind. Einmal der Datenträger 0 in meinem Fall, 238 GB, das ist eine eingebaute SSD. Und dann den Datenträger 1, 119 GB, das ist das Speichermedium, was ich jetzt eben in dem externen Gehäuse angeschlossen habe. Und was ich gleich mal gegen USB Sticks vergleiche, dann tippe ich ein Select Disk 1, also ich wähle diesen Datenträger 1 aus. Das kann ich mir einfach mal angucken, was da für Partitionen drauf sind mit List Part. Und das sind eben diese beiden und die wurden ja auch dann von Windows erkannt. Und jetzt tippe ich Clean ein und fertig. Und jetzt wurde der Datenträger bereinigt. Und jetzt sind die Partitionen weg. Ich gucke mir die mal an. Ja, da sind keine Partitionen mehr drauf. Ich beende das Programm mit Exit und starte jetzt die Datenträgerverwaltung. Starte ich am einfachsten, indem ich jetzt hier unten Festplatten eingebe. Dann kriege ich hier Festplatten, Partition erstellen und formatieren. Genau das will ich ja machen. Rufe ich auf. Und da kommt auch schon die Datenträgerinitialisierung. Jetzt kann ich den Datenträger, den ich eben gerade gelöscht habe und den ich da reingesteckt habe, initialisieren. Und muss den auch initialisieren. Dann nehme ich einfach jetzt hier diese GUID-Partitionstabelle. Master Boot Record wäre auch okay. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ab 2 TB eigentlich immer GUID und bis 500 GB 1 TB, 2 TB. So in dem Rahmen zum Datenaustausch. Master Boot Record. Aber es geht auch hier GUID. Klicke ich auf okay. Und sehe hier unten. Nicht zugeordnet, 119 GB. Klicke ich mit der rechten Maustaste rein. Neues, einfaches Volume. Und dann weiter. Und dann nehme ich das ganze Volume. Und dann auch weiter mit den Standardeinstellungen. Schnellformatierung. Okay. Und da schreibe ich jetzt mal hier rein. 128 GB USB 3. Damit ich das leichter zuordnen kann. Klicke auf Weiter. Und klick auf Fertigstellen. Und schon fertig. Jetzt habe ich also hier unten einen Datenträger. Genauso wie ein USB-Stick oder wie eine externe Festplatte. Also ich würde es eher als Alternative zu einem USB-Stick bezeichnen. Aufgrund der Größe eben dann auch. Und auch aufgrund der Form. Und kann da jetzt ganz normal drauf zugreifen. Wie auf jeden Stick kann Daten drauf speichern. Und da teste ich jetzt mal die Geschwindigkeit. Ich habe hier ungefähr so 30 GB an Daten auf dem Rechner drauf. In Form von Videos. Und die kopiere ich mal hier rüber. Die Datenträgerverwaltung. Die brauche ich gar nicht mehr. Die kann ich einfach schließen. Und hier habe ich jetzt den Dateiexplorer. Hier habe ich die 128 GB USB 3. Und ich gucke mal nach dem Ordner. Der ist auf dem Desktop drauf. Da habe ich verschiedene Videos reinkopiert. Und das müssten ungefähr so 30 GB sein. Und die kopiere ich jetzt mal auf den Datenträger drauf. Auf meine M.2 SSD. Und vergleiche ich das später mal mit den USB-Sticks. Wie lange das Schreiben da dauert. Und da gucke ich mal nach der Uhr. Windows 10 hat ja eine App Alarm und Uhr. Und da ist auch eine Stoppuhr dabei. Das ist hier oben. Gibt es einmal Alarm, Uhr, Zeitgeber, Stoppuhr. Und das lege ich mal hier nebenhin. Die Fenster, die könnt ihr euch unter Windows 10 auch ganz prima hier so anordnen. Indem ihr das hier nach links zieht und dann loslasst. Und dann wird das automatisch so angeordnet, wie das hier zu sehen ist. Es ist genau in der Mitte. Kann man auch hier noch ein bisschen variieren. So sieht das dann aus. Und ich kopiere jetzt alle Videos mal hier rüber auf meinen Datenträger. Und los geht's. Und dann habe ich hier jetzt Start gedrückt. Und dann wird es kopiert. Die Hälfte ist ungefähr schon kopiert 50%. Geschwindigkeit sind ungefähr so 100 MB pro Sekunde. Vorhin war es mal ein bisschen mehr. Und dann war es ein bisschen weniger. Und jetzt ist es wieder ein bisschen hochgegangen. 2 Minuten 40 Sekunden sind schon rum. Und sind ungefähr so 32 GB. 97% jetzt. 5 Minuten 7 Sekunden 8 Sekunden. Und dann ist es gleich fertig. Und sind 5 Minuten 12 Sekunden gewesen. Und ich schaue mal, wie viele das genau sind an Größe. Sind hier 30,7 GB. Oder hier 32.976.000 und so weiter Bytes. Und ich kopiere die Videos jetzt von der M2 wieder zurück auf die SSD in einen anderen Ordner. Hier die Uhr habe ich zurückgesetzt. Und die markiere ich jetzt alle Kopiers hier in Videos rein. Und drücke hier auf Start. So, mal gucken, wie lange das dauert. Nicht so lange wie das Schreiben. Das ist definitiv schneller. Lesen ist fast fertig. Und stopp. Ungefähr 1 Minute 30 Sekunden. Also das ging entscheidend. Schneller waren ungefähr so 350 MB pro Sekunde. Und das war schon sehr flott. Und ich werfe jetzt meinen selbstgebauten USB-Stick, meinen selbstgebauten Datenträger mal aus. Der ist ja, wie gesagt, USB 3 sieht man hier an dem blauen Innenleben von dem Stecker. Und ich stelle gerade fest, ist ganz schön warm geworden. Also wenn man hier die Hand drauf hält, das ist schon 30 Grad mindestens mal. Und ich probiere jetzt mal einen USB-Stick. Das ist ein USB-Stick mit USB 2. Hat aber 64 GB. Sieht man hier den Controller. Das ist der kleine schwarze IC unter dem Schriftzug. Auf der Rückseite sieht man den eigentlichen Flash-Speicher. Also da, wo die Daten drauf gespeichert werden. Und genau so ist eigentlich jeder USB-Stick aufgebaut. Und da hängt es natürlich immer ganz davon ab, was für eine Qualität ist das für ein Controller. Und was für eine Geschwindigkeit oder Qualität hat der Flash-Speicher. Und diese Billig-Sticks hier, die funktionieren, aber sind nicht besonders schnell. Passt auch schon hier wieder gar nicht rein. Ziehe ich mal raus und stecke es direkt dann hier rein. Wird auch direkt erkannt. Und da kann ich jetzt mal was drauf kopieren. Der Stick, der ist komplett leer. Und den ziehe ich mal hier drüben hin. Dann suche ich mir meinen Ordner mit den Videos wieder aus. Und dann setze ich hier noch die Uhr zurück. Da markiere ich alle Videos und kopiere die auf den Stick drauf. 64 GB hat er, wie gesagt, passt auch locker drauf. Und drücke hier auf Start und schon geht es los mit Kopieren. Und da sieht man schon, bis jetzt ist es schon mal erheblich langsamer. Da sieht man schon die Vorhersage von Windows 10 Restdauer. Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten. Und so lange warte ich jetzt wirklich nicht. Und da warte ich einfach mal so 10, 20, 30 Prozent. Und dann kann man das ja entsprechend hochrechnen. Jetzt hat er 10 Prozent auf den Stick drauf kopiert. 16 Minuten hat das jetzt ungefähr gedauert. Ich drücke hier mal auf Stop. Und da sieht man hier auch, das variiert immer so. Da haben wir 3 MB pro Sekunde. Und ganz kurz mal 4, dann wieder 2, irgendwas. Also man kann so schauen. Da sind ungefähr 3 MB pro Sekunde. Der Stick ist wirklich super langsam. Und das breche ich hier mal ab. Ich gucke mal auf den USB-Stick drauf. Und ja, so wie es aussieht, hat er auch nur ein Video in diesen 16 Minuten den Weg drauf geschafft. Das andere war wahrscheinlich größer. Und das ist dann abgebrochen worden. Ich gucke mal, wie schnell das hier mit dem Lesen geht. Das interessiert mich mal. Und dann kopiere ich das mal hier in den Ordner. Und los geht's. Und das Lesen geht normalerweise ein bisschen schneller als das Schreiben. Hier ist es genauso. Und da sieht es so aus, da habe ich dann jetzt hier ungefähr so 10 MB pro Sekunde. Gleich fertig. Und ich drücke auf Stop. 2 Minuten 25 Sekunden, um 1,673 GB zu lesen von dem Stick. Und auf die SSD hier im Notebook drauf zu schreiben. Und ich habe hier natürlich noch einen USB-Stick mit USB 3.0. Das ist ein Data Traveller Elite. Und da kann man schon mal von ausgehen, dass der ein bisschen schneller ist. Oder zumindest mal hoffen. Der Stick, der kann raus. Und dann kommt hier der 3er rein. Mal schauen, wie schnell der ist. Da kopiere ich dann alle Videodateien auf den 32 GB USB 3 Stick. Klick hier auf Start und los geht's. Und das sollte schon ein bisschen schneller sein als bei USB 2. Sieht schon ganz gut aus. Hier sieht man schon 34 MB pro Sekunde. Und das ist ja mehr als das Zehnfache an der Geschwindigkeit. Mal gucken, was es gesamt ist. Sieht gut aus. 13 oder 14 Minuten. Das ist ja noch im Rahmen 98% und hat immer ungefähr so 35 MB pro Sekunde. Im Schnitt ist es dann. Und dann ist es gleich fertig. Und drücke ich hier auf Stop. Ja, 14 Minuten und 12 Sekunden. Alle Dateien auswählen. Und auf das Notebook kopieren. Hier noch Start. Das dürfte auch natürlich entsprechend schneller sein als das Schreiben. Und da habe ich ja beim Schreiben 35 MB gehabt pro Sekunde. Und jetzt hier ungefähr so 62. Ist auch fast fertig. 99% und sind ungefähr 63 MB pro Sekunde gewesen. 62, 63. Und da hat es hier 7 Minuten 50 Sekunden für das Lesen. Und das ist schon eigentlich ganz akzeptabel. Ich probiere nochmal als letzten Stick. Diesen Zendesk hat ein Zuschauer geschickt. Und da steht sogar Ultra drauf. USB 3.0. Mal gucken, ob der schneller oder langsamer ist jetzt hier als dieser Kingston. Der Kingston kann raus. Den habe ich auch eben abgemeldet. In Windows ist nur nicht im Video zu sehen. Und dann den Zendesk rein. Der Kingston USB-Stick, der ist richtig heiß durch das Schreiben und durch das Lesen. Ist mir bei vielen USB-Sticks schon aufgefallen. Bei USB 3.0 vor allem. Die werden richtig heiß, wenn man die dann rausnimmt. Ob das so gut ist für den Stick. Die andere Sache hängt natürlich dann auch immer vom Controller ab. Und ich kopiere jetzt mal die Videos auf den Zendesk. Setz mal die Uhrzeit hier drüben zurück. Einmal rüber kopieren. Und hier drüben noch Start drücken. Und mal gucken. Hier 50 MB 30, 24, 20, 18. Das fällt ganz stark ab. Sieht man hier. Das liegt einfach daran, weil der Controller von dem USB-Stick, der nimmt die Daten relativ schnell entgegen. Und na gut, dann muss er es irgendwann auch speichern. Dann hat er einen Cache, der voll ist. Und da sieht man dann jetzt hier, dann dauert das Speichern wesentlich länger, als er die Daten überhaupt empfangen kann. Und da habe ich jetzt 17 MB pro Sekunde. Das ist ungefähr nur die Hälfte der Geschwindigkeit von dem Kingston. Obwohl dieser USB-Stick sich hier als Ultra oder Ultraschnell bezeichnet. Noch 10 Sekunden, sind aber schon 25 Minuten und 25 Sekunden rum. Also auch dieser Stick dauert super lange. Und sind ungefähr 25 Minuten und 30 Sekunden für das Kopieren von diesen Daten. Im Gegensatz zu 5 Minuten und 12 Sekunden auf diese externe SSD. Abschließend kopiere ich die Daten nochmal zurück. Also von dem USB-Stick auf die Platte drauf. Und mal gucken, wie lange das dauert. Start gedrückt. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Hier steht ungefähr 4 Minuten. Das ist ja immerhin schon mal akzeptabel. Lesen tut dieser USB-Stick super schnell. Also zumindest ist es der schnellste USB-Stick von denen, die ich hier getestet habe. Aber immer noch langsamer als meine externe SSD. Und hat hier 3 Minuten und 47 Sekunden gedauert. Ich hatte eigentlich noch zwei andere USB-Sticks. Das überspringe ich mal diese mit Sicherheit noch langsamer. Das eine ist so ein Mini- oder Miniatur-USB-Stick hier von Toshiba. Aber auch USB 2.0. Und hier habe ich noch ein 64 GB USB-Stick. Aber auch 2.0. Da sieht man, dass wirklich das schnellste ist. Eben das aktuellste. So eine M.2 NGFF SSD. Und die in ein externes Gehäuse eingebaut. Mit USB 3.0. Das braucht wirklich wenig Strom. Und das ist dreimal so schnell wie der schnellste USB-Stick. Vielen ist es bestimmt aufgefallen, die Entwicklung bei USB-Sticks. Die ist nicht mehr so, wie die noch vor 5 oder vor 10 Jahren war. Da hatte man halt USB-Sticks gehabt mit 2 GB, dann 4, 8, 16, 32, 64. Dann haben die sich natürlich immer verdoppelt. Irgendwie so bei 128, da ist es ein bisschen stehen geblieben. Man kriegt zwar auch größere, aber die sind natürlich auch nicht viel schneller. Da macht es auch gar keinen Sinn. Dann dauert das wirklich teilweise 4, 5 Mal so lange, um den überhaupt vollzuschreiben. Und dann ist eben diese Grenze erreicht, wo man sich besser ein anderes Speichermedium nimmt. Und das ist natürlich super einfach hier. Diese M2s, die sind sehr günstig zu bekommen. Teilweise günstiger als USB-Sticks. Und hier mit so einem 10 Euro Kästchen, dann hat man eine Lösung, die ist aktuell. Und die ist dreimal so schnell, wie gesagt, wie der schnellste USB-Stick. Oder dann im Vergleich mit USB 2.0 bis zu 30 Mal so schnell. Ich hatte mir die ganze Zeit mal überlegt, jetzt wieder einen neuen USB-Stick zu kaufen. Die alten, die ich habe, das sind bestimmt 20, 30 Stück. Die sind natürlich nie voll. Teilweise löscht man die wieder, aber schneller werden sie natürlich dadurch nicht. Und da habe ich mir überlegt, einen neuen USB-Stick zu kaufen oder sowas mal zu probieren. Und sieh mal eine an. Das sind alles Sachen, die ich teilweise noch habe oder die jeder auch irgendwo vielleicht hat oder bekommt aus einem alten Notebook. Wenn ihr ein Notebook habt, eben mit einer 128 GB SSD. Macht euch da eine größere rein und baut die SSD hier rein. Also in diesem Fall die M2 geht grundsätzlich natürlich auch mit einer normalen 2,5 Zoll SSD. So wie das hier hinten. Da habe ich hier noch ein externes Gehäuse mit USB 3.0 und da ist eine normale Samsung SSD drin. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Letztendlich verwischen natürlich die Unterschiede zwischen USB-Stick oder zwischen M2 oder einer externen SSD Platte. Und ja, sieht man ja auch hier, da steht hier auch drauf, Harddisk-Box. Stimmt natürlich gar nicht. Da ist gar keine Harddisk drin, sondern ein Flash-Speicher. Und das ist aber hier wirklich wesentlich effizienter, günstiger und vor allem auch viel, viel schneller als eben die alten USB-Stacks. Wenn ihr euch so eine Speichermöglichkeit selber bauen wollt, dann schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr weitere Links zu solchen einfachen Gehäusen oder auch zu M2-SSDs. Es sei denn, ihr habt schon welche. Zusammenbauen kann das jeder. Das sind hier nur drei Schrauben gewesen und fertig und dann funktioniert das. Einmal partitionieren wie jeden anderen Datenträger. Das geht auch. Dauert normalerweise keine Minute und dann hat man eine super schnelle und funktionierende und günstige Speichermöglichkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare oder irgendwelche Anregungen oder eigene Messergebnisse habt von Geschwindigkeiten. Oder wenn ihr einen super schnellen USB-Stick habt, das interessiert mich auch. Schreibt es unten einfach mal rein. Interessiert bestimmt auch viele Zuschauer. Besucht mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Auf der Seite tooltime.de gibt es noch hunderte andere Beiträge zum Thema Drucker, zum Thema Festplatten, zum Thema Windows 10 Notebooks, wie man die auseinander baut und repariert. Über PC-Technik, Mainboards, wie man die installiert, wie man Windows 10 schneller macht. Da findet ihr auch Sachen zum Thema Discord, wie man eine externe Festplatte selber baut oder hier, wie jemand eine gefälschte Platte im Internet bekommen hat. Oder wie man beim Kennen den Druckkopf ausbaut, wie man Windows 10 immer noch kostenlos bekommt heutzutage. Schaut es euch einfach mal an. Da sind dann noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinander baut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinander baut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.